Ich möchte mit dir heute Morgen über Mut nachdenken. Ich glaube, dass Mut etwas ist, das wir unbedingt brauchen. Wir brauchen Mut, um in unserem Leben einen Fuß vor den anderen zu setzen. Wir brauchen Mut, um Dinge anzupacken. Wir brauchen Mut, um aktiv zu sein, um in irgendeiner Form etwas zu gestalten. Und deswegen, es ist nicht verwunderlich, möchte Jesus auch, dass wir Mut haben. Also er wünscht uns das, er sagt, fass Mut, aber halt noch mehr. Es heißt, in der Welt habt ihr Angst, aber fass Mut, ich habe die Welt besiegt. Genau darum geht es heute. In der Welt habt ihr Angst, aber fass Mut, ich habe die Welt besiegt. Er sagt diesen Vers, den ich gerade sehr, sehr liebe, den sagt er zu seinen Jüngern, und zwar kurz vor der Kreuzigung. Das ist eine ganz lange Rede, er bereitet sie vor auf diese Zeit ohne ihn, und dann kommt dieser Vers. Und wir können, glaube ich, da alles mitnehmen, was wir brauchen. Und ich glaube sogar, dass dieser Vers für uns noch besser funktioniert, als er damals für die Jünger funktioniert hat. Wir können aus diesem Vers etwas lesen über das Verhältnis von Mut und Angst. Ja, man könnte ja denken, irgendwie Angst wäre das Gegenteil von Mut oder andersrum. Und es ist ein bisschen anders, werden wir gleich sehen. Wir können etwas sehen über die Quellen des Mutes. Ja, Jesus sagt ja nicht einfach, sei mutig, fass Mut, sondern er sagt dazu, ich habe die Welt besiegt. Und in diesem Sieg von Jesus, da steckt etwas drin, woraus wir Mut schöpfen können. Ich glaube, dass Jesus da Mutquellen eröffnet. Und ich möchte, dass wir rausgehen heute, und ich hoffe, das gelingt, mit der Frage, was könnte sich in meinem Leben ändern? Ja, wenn ich das tue, wozu Jesus mich hier auffordert in dem Vers, was verändert sich denn in meinem Leben? Ja, wenn ich mit extra Mut herangehe an die und die Aufgabe, was wird dann passieren? Lass uns anfangen mit Mut und Angst. Ja, ich finde, erst mal denkt man, oder ich denke erst mal, naja, wenn genug Mut da ist, dann habe ich keine Angst mehr. Und gerade wenn ich jetzt in einer schwierigen Situation bin, ja, und Angst dafür sorgt, dass ich mich gerade gar nicht mehr rühre, dann kann man den Gedanken haben. Oder dass, wenn jetzt Mut da wäre, dass ich dann aktiv sein könnte. Das stimmt aber nur halb. Es ist nicht so, dass Mut das Gegenteil ist von Angst, sondern Mut ist das Gegengewicht. Und das ist was anderes. Jesus sagte ja auch nicht, in der Welt habt ihr noch Angst, aber jetzt kriegt ihr irgendwie Mut und dann ist die Angst weg. Sondern Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber fast Mut. Ich habe die Welt besiegt. Das steht nebeneinander. Also die Angst ist da und der Mut kommt als Gegengewicht dazu. Du merkst sozusagen schon dagegen. Ich glaube, wenn es ideal läuft, dann bewahrt uns Angst davor, richtig dumme Sachen zu machen. Angst sorgt für die Vorsicht. Und der Mut sorgt aber dafür, dass ich ins Handeln komme. Der Mut sorgt dafür, dass ich Dinge anpacke. Es ist ein natürliches Gegengewicht. Und trotzdem ist es so, dass die Angst bleibt. Auch wenn der Mut richtig groß ist, die Angst ist trotzdem noch da. Jesus sagt, das ist selbstverständlich. In der Welt habt ihr Angst. Und er sagt das hier zu den Jüngern. Und das heißt natürlich, ihr habt Angst, dass das passiert, was ich euch auch schon gesagt habe. Ihr habt Angst, dass ich gefangen genommen werde. Ihr habt Angst, dass ich Gewalt erlebe. Und ihr habt Angst, allein zu sein. Ihr habt auch Angst davor, dass ihr das auch erleben könntet, weil ihr zu mir gehört. Das sagt Jesus seinen Jüngern. In der Welt habt ihr Angst. Ganz normal. Es ist so und es wird auch immer Gründe dafür geben. Und wir hören das doch auch. Und da frage ich mich natürlich, was hörst du dich selber antworten, wenn Jesus sagt, in der Welt hast du Angst. Was ist dann deine innere Antwort? Wovor hast du Angst? Ich glaube, es ist gut, auch fair, sich selbst gegenüber, wenn man das auch ausspricht. Da ehrlich ist du sich selber. Ich habe eine Menge Dinge Angst. Ich kann das auch sagen. Ich habe eine Riesenangst vor diesem Krieg. Natürlich. Ich finde das echt krass und richtig schrecklich. Das macht mir Angst. Ich habe auch Angst vor wachsender Ungleichheit. Ich glaube, dass wir als Gesellschaft auch große Aufgabe haben, weil Reiche und Armen immer weiter auseinander driften. Das macht mir auch Angst. Aber ein Großteil meiner Angst ist viel kleiner, viel egozentrischer. Da geht es viel mehr um mein kleines, privates Leben. Also, ich habe Angst, also alle Hobbys, die ich habe, das sind einige, aber auch gar nicht so viele, aber alle Hobbys, die ich habe, die haben mit Sport zu tun. Und sogar eher mit, ich sage mal, körperlich sehr herausforderndem Sport. Und ich spüre das, das wird nicht immer so weitergehen. Ich merke jetzt schon manchmal, dass es mir schwerfällt. Es macht mir Angst. Wenn ich gar nicht wüsste, was ich im Urlaub wirklich jetzt so richtig Bock drauf hätte, und es geht alles, ich merke, es ist klein. Ich habe mir schon überlegt, ich möchte, dass unser Sohn hier zur Musikschule geht, dass der andere Hobbys hat später. Ich merke, Ängste sind groß, Ängste sind oft privat. Und ich glaube, dass uns das Alltägliche oft am meisten umtreibt. Ich kenne auch Angst von, ja, ich schaffe das alles nicht. Ich mache den Computer an, die To-Do-Luste ist so lang und dann, ich kriege es eh nicht hin. Oder ich habe Angst, dass wir das als Gemeinde nicht packen. Irgendeine Herausforderung oder irgendeine Krise oder so. Wir haben unsere Ängste. Und man leidet unter Angst, das ist ein Problem, auch wenn das Gegengewicht nicht da ist. Und Angst kann dazu führen, dass sie mich halt lähmt. Dass ich denke, es bringt jetzt eh nichts und dann mache ich auch nichts. Und manchmal passieren dann genau die Dinge, vor denen ich Angst habe, weil ich Angst hatte und nichts getan habe. Das ist, glaube ich, eine normale Dynamik der Angst, dass sie uns eigentlich aus dem Handeln rausnimmt, dass sie uns eigentlich langsamer macht, im schlimmsten Fall halt festhält und jede Bewegung verhindert, das Leben am Ende ausbremst. Das ist die Angst. Und Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Es gibt es halt. Es gibt auch Gründe dafür. Nicht alles ist vernünftig, wovor wir Angst haben, aber manches. Und trotzdem sagt er diesen Satz, oder gerade deshalb sagt er diesen Satz. In der Welt habt ihr Angst, aber fass Mut. Ich habe die Welt besiegt. Fass Mut. Bleib nicht da stehen. Sorg für das Gegengewicht. Sorg dafür, dass du das hast, was du brauchst, um ins Handeln zu kommen. Und normalerweise, woher nehme ich dieses Gegengewicht, den Mut? Normalerweise suche ich den doch in mir selber. Jetzt stell dich nicht so an. Oder positiver. Ja, du schaffst das. Oder auch ein bisschen, wenn du jetzt nichts machst, ist das Schlechteste. Also den Gedanken kenne ich. Wir haben auch Ressourcen in uns selbst. Und auch Freunde oder Familienmitglieder können ja sagen, ich glaube an dich und du machst das und los. Das ist auch gut. Sich selber Mut machen. Sich Mut zusprechen zu lassen. Aber Jesus meint noch mehr. Und manchmal ist der Mut, den wir hier finden, in uns oder in unseren Bekannten, auch zu wenig. Bei den Jüngern kann man es so schön sehen. Also die hören das von Jesus. Sie verstehen aber nicht wirklich, was er meint. Und dann wird er ja wirklich gefangen genommen. Und dann laufen die auseinander. Also bei den Jüngern ist zu wenig Mut da. Und die können sich auch keinen Mut mehr gegenseitig zusprechen. Sondern Jesus wird gefangen genommen und sie fangen an, groben Unsinn zu treiben. Also Petrus sagt, ich kenne ihn gar nicht. Die anderen fliehen einfach. Es ist zu wenig Mut in ihnen, um Haltung zu bewahren. Manchmal reicht der Mut nicht, den wir in uns selber finden. Und wir haben aber den Jüngern von damals gegenüber einen großen Vorteil. Wir wissen ja, was Jesus meint, wenn er sagt, ich habe die Welt besiegt. Das wussten die damals nicht. Das ist vor dem ersten Osterfest. Ja, die haben das klar, irgendwie Verheißungen, irgendwas Großes so. Die wussten aber nicht wirklich, was Jesus meint. Für uns ist klar, Jesus sagt, ich habe die Welt besiegt. Er meint Kreuz, er meint Auferstehung, er meint das Osterfest. Und er sagt das so, weil das Quellen sind. Ja, ich merke mich, ich bin so fasziniert gerade von diesem Satz. Wir haben die Wahrheit, in der Welt habt ihr Angst. Wir haben die Aufforderung, fass Mut. Und jetzt haben wir den Ort, wo es das gibt. Ich habe die Welt besiegt. Hier sind die zwei Quellen für den Mut. Wir sollen dort hingehen. Wir sollen zum Kreuz, wir sollen zur Auferstehung und dort das fassen, was wir brauchen. Ich versuche das praktischer zu machen. Ich glaube, dass wir am Kreuz neuen Mut schöpfen können, weil das Kreuz ein Ort ist der Vergebung und damit ein Ort des Neuanfangs. Das Kreuz ist ein Ort, wo ich Gott bitten kann um Vergebung, wo ich Gott bitten kann um Mut, um Vergebung zu bitten und wo ich von Gott auch den Mut bekomme, neu anzufangen, anders zu leben und auch frei zu leben von diesem Sack von Schuld. Und ich glaube, dass wir das noch zu wenig nutzen. Ich weiß es natürlich nicht von jedem Einzelnen. Das ist so ein Gefühl. Ich meine, wie viele Menschen kennst du, kenn ich, von denen man noch nie gehört hat, ich habe da wirklich Mist gebaut. Es tut mir leid. Bitte verzeih mir. Was ich gesagt und getan habe, war nicht richtig. Ich habe falsch gelegen und du hattest recht. Es kostet großen Mut. Und ich glaube, dass das Kreuz, wo Gott das so hinstellt, dass uns das auch dabei hilft, das zu finden. Ja, wir finden da wirklich Vergebung. Und deswegen können wir auch um Vergebung bitten. Und ich bitte dich, dass du, was heißt, ich bitte dich, ich glaube, wir sind eingeladen von Jesus, das wirklich zu nutzen. Und manchmal hat man ja das Kreuz und die Vergebung Gottes und so. Ja, als würde es da irgendwie um Kleinigkeiten gehen. Um kleine Probleme von sehr frommen Menschen. So ist das aber nicht. Das Kreuz ist eine sehr ernsthafte Sache. Jesus stirbt mit der Schuld und mit der Sünde der Welt und dafür. Das heißt, es ist völlig egal, was dich belastet. Es ist völlig egal, wo du denkst, das ist wirklich schlimm. Das habe ich richtig nicht richtig getan. Du kannst damit zu ihm kommen. Du kannst damit ans Kreuz kommen. Du sollst erleben, dass Jesus dich befreit. Dass er dir den Mut gibt, natürlich jetzt anders zu leben. Man kriegt nicht den Mut, immer weiterzumachen mit seinem Mist. Ja, aber man kriegt den Mut, anders zu leben. Und man kriegt eine Freiheit, dass es auch geht. Jesus will nicht, dass wir einen Sack mit Müll aus unserem Leben mit uns rumschleppen. Sondern er will uns frei machen. Und er will, dass wir ins Leben kommen. Deswegen sagt er es an dieser Stelle so. Ich habe die Welt besiegt. Damit sagt er, ich habe deine Schuld besiegt. Damit du in Freiheit lebst. Das ist das Kreuz. Das ist eine Quelle des Mutes. Ich glaube, eine, die wir unterschätzen. Am Kreuz tut man Buße und so weiter. Das ist auch wichtig. Aber es ist eine Quelle des Mutes. Von dort geht es weiter. Und zwar anders und besser. Und damit ist er noch nicht alles gesagt. Er sagt, ich habe die Welt besiegt. Er meint das, das Kreuz. Und er meint die Auferstehung. Auferstehung, ja, das blanke Leben. Ich möchte, dass wir ein bisschen weiterlesen. Jesus beendet hier seine Rede. An die Jünger. Und jetzt fängt er an zu beten. Kapitel 17 im Johannes-Evangelium. Ein ganz langes Gebet. Wir lesen nur die ersten Verse. Aber das hilft uns, um mitzukriegen, wie wir die Auferstehung auch nutzen können als eine Quelle des Mutes. Jesus beendete seine Rede. Danach blickte er zum Himmel. Er blickte zum Himmel auf und sagte, Vater, die Stunde ist jetzt da. Lass die Herrlichkeit deines Sohnes sichtbar werden, damit der Sohn deine Herrlichkeit sichtbar machen kann. Du hast ihm Macht über alle Menschen gegeben. So kann er allen, die ihm anvertraut sind, das ewige Leben schenken. Darin aber besteht das ewige Leben. Dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich glaube, dass Jesus uns hier zeigt, wie man ganz praktisch zur Auferstehung geht. Ja, also es ist ja ein inneres Ding. Aber wie wir die Auferstehung nutzen können als Quelle für Mut. Ich glaube, Jesus macht das hier vor. Denn es ist so eine, das ist ja so eine Mischung aus Gebet und sich erinnern. Also er blickte zum Himmel, heißt es da. Und er fängt an zu beten. Und dann erzählt er erstmal der Menschen so. Und damit meint Jesus sich selber. Du hast ihm Macht gegeben über Menschen. Die ihm anvertraut sind. Dass er ihnen das ewige Leben schenke. Also Jesus wiederholt seinen Auftrag. Und auch das, was Gott ihm gegeben hat. Und dann sagt er, Vater, endet es mit Karfreitag. Das passiert jetzt wirklich. Die Stunde ist da. Verherrliche den Sohn. Zeig deine Herrlichkeit. Also er sagt sozusagen, ja das, woran ich glaube, das, was du mir gezeigt hast, ich bitte dich, dass das jetzt wirklich passiert. Dass es wirklich eine Auferstehung gibt. Dass es mit Karfreitag eben nicht vorbei ist, sondern dass es dann erst richtig losgeht. Jesus, merkst du, und ich glaube, dass genau diese Bewegung, die Jesus da macht, etwas ist, was wir auch tun sollen. Ich glaube, es steht nicht ohne Grund hier direkt nacheinander. Ich glaube, es ist die Einladung, dass wir genau so beten. Dass wir uns erinnern an das, was wir glauben. Vater, ich glaube, dass du mich mit Ewigkeit beschenkst. Ich glaube, dass Jesus auferstanden ist. Ich glaube, dass das ewige Leben jetzt schon anfängt. Jesus sagt ja ja auch, das ewige Leben, dass wir an den Vater und an den Sohn glauben. Ich glaube, dass das in mein Leben hineinstrahlt. Ich glaube, dass ich nicht alleine unterwegs bin, sondern mit dir. Vater, ich glaube, dass es mit dem Tod nicht vorbei ist, sondern dass ich die Ewigkeit im Reich Gottes verbringen werde. In deiner Nähe. Das ist das, was ich glaube. Und die Stunde ist da. Ich brauche jetzt und hier neuen Mut für mein Leben. Neue Energie. Ich weiß nicht, ob du das könntest. Mich kostet das Überwindung. Aber man könnte ja sogar so beten, wie Jesus hier hat. Vater, zeig deine Herrlichkeit, indem du mich füllst mit Auferstehung. Damit, dass ich wieder Aktivität finde. Dass ich ins Leben komme. Dass ich die Dinge anpacken kann, die dran sind. Ich glaube, dass wir eingeladen sind, so zu beten. In voller Ernsthaftigkeit. Und auch mit großem Fordern. Gott zu sagen, ich brauche neuen Mut und ich bitte dich, dass du ihn mir gibst. Und ich sehe ihn in der Auferstehung. Und es sorgt dafür, dass es Wahrheit wird für mich in meinem Leben. Ich glaube, wir sollen so beten. Wir sollen zum Kreuz kommen. Da Mut, wo es nötig ist, finden. Und auch in der Auferstehung. In der Welt habt ihr Angst, aber fast Mut. Ich habe die Welt besiegt. So ist es. Die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Also wie könnte sich dein Leben verändern, wenn du das tust? Für die Jünger, da sieht man das so krass. Die laufen ja erst auseinander, nachdem Jesus gefangen genommen wird. Aber als sie davon hören, von den Nachfolgerinnen hören, wie das mal mit dem Kreuz. Und auch hören, dass das Grab leer ist. Und dann begegnen sie Jesus. Und sehen, dass er wirklich lebt. Da verändert sich für sie alles. Also bei den Jüngern sieht man, dass sie danach super mutig sind. Die gründen die Kirche. Die stehen für ihren Glauben ein. Die führen tausende von Menschen zu diesen Quellen. Das hat sie verändert. Sie konnten das sozusagen später verstehen und dann auch so handeln. Die Frage ist, was verändert sich in unserem Leben? Wenn du mit extra Mut, ja, wenn du mit extra Mut herangehst. Wenn du diese Quellen, die Jesus uns heute anbietet, wenn du die nutzt für dich. Ich glaube, es wäre schön, wenn wir diese Frage mitnehmen könnten. Wenn wir diese Frage mit reinnehmen könnten in die neue Woche. Was verändert sich hier, wenn ich mit Mut herangehe? Ich habe natürlich schon ein bisschen drüber nachgedacht. Der Furt hat immer ein bisschen Vorsprung, wenn man selber predigt. Ganz paar Beispiele. Für dich könnte es sein, dass es gar nicht passt. Aber es sind ganz paar Beispiele, wo ich denke, für mich passt da was. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige. Was ich glaube, was sich verändert, wenn ich mit extra Mut herangehe. Mit Mut, wie gesagt, der von dort kommt. Ich glaube, dass sich Beziehungen verändern. Ich glaube, dass jede wirklich ernsthafte Beziehung auch immer damit zu tun hat, dass man aneinander auch schuldig wird. Dass man sich auch verletzt gegenseitig. Also ich liebe meine Frau, ich liebe meine Familie. Aber natürlich gab es immer auch schwierige Momente. Und ich glaube, extra Mut hilft sehr dabei, dass wir uns trauen zu sagen, vergib mir. Dass wir uns trauen, die eigenen Fehler zu benennen. Dass wir auch trauen zu sagen, ich vergebe dir. Also ich fange neu mit dir an. Ich glaube, jede Beziehung, die wirklich was bedeutet, braucht Mut. Dass ich Vergebung ausspreche. Dass ich Vergebung darum bitte, dass ich auch mein Herz neu wieder anvertraue. Das ist ein sehr, sehr riskantes Thema. Sehr, sehr riskantes Thema. Sehr, sehr schön, aber auch ein sehr herausfordernder Teil des Menschseins. Und er braucht Mut. Konflikte brauchen Mut. Man braucht ein bisschen Mut, um seine eigene Meinung zu sagen. Man sagt, das fällt mir immer noch halbwegs leicht. Ich finde Rumpöbel nicht so schwierig eigentlich. Es braucht aber viel mehr Mut, wenn ich mich wirklich auf den Weg machen will, den anderen zu verstehen. Wenn ich sozusagen sage, ich komme jetzt wirklich auf deine Seite. Ich versuche das zu sehen und zu fühlen wie du. Das ist nicht ungefährlich. Es kostet Mut, das zu tun. Aber es ist natürlich auch eine Chance. Es kostet Mut, für das einzustehen, was einem wichtig ist. Es kostet total Mut, Menschen dabei zu helfen, vielleicht diese zwei Quellen zu finden. Jesus zu entdecken. Mich kostet das Mut. Ich finde das hier in unserem Wohnzimmer viel leichter darüber zu sprechen, als mit Freunden oder mit Familienmitgliedern. Es kostet richtig Mut, den eigenen Glauben zu teilen. Aber es ist noch eine Chance. Und ich glaube, es kostet auch Mut, ich sage mal, fromm gute Werke. Es kostet wirklich Mut, zu sagen, ich will die Welt ein kleines bisschen mehr so machen, wie Gott sie gerne hätte. Ich will etwas tun, weil ich glaube, dass es richtig ist. Vielleicht habe ich nichts davon, vielleicht kostet es mich auch was. Wahrscheinlich kostet es mich was an Zeit und Energie. Aber ich will das tun, weil ich glaube, dass es dran ist. Mich kostet das total Mut, sozusagen den Alltag an der Stelle zu durchbrechen, irgendwas umzuplanen, anders zu machen. Aber es ist eine Chance. Ich glaube, es wäre toll, wenn wir diese Frage mitnehmen könnten in die Woche. Was könnte möglich sein in unserem Leben? Was könnte möglich sein, wenn wir das tun, was Jesus hier sagt? Wenn wir das hören, in der Welt habt ihr Angst, aber fast Mut. Ich habe die Welt besiegt. Was ist möglich in unserem Leben, wenn wir das machen? Wir sind eingeladen. Wir akzeptieren natürlich, dass wir Angst haben, aber uns auf den Weg zu machen. Und den Mut eben nicht nur bei uns selber zu suchen, in uns und auch nicht nur bei Leuten, die uns Mut machen wollen, sondern dass wir den Mut direkt bei ihm suchen und finden. Ich glaube, es gibt Mut beim Kreuz, Mut für Neuanfang, Mut für Vergebung. Mut dafür, dass es jetzt anders läuft als früher. Und es gibt Mut für uns in der Auferstehung. Das ist das blanke Leben, das pure Leben, das ewige Leben. Und etwas, das wir geschenkt kriegen, das wir einfordern können und dürfen und sollen. Amen. Amen. Amen.